Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Videocast mit Wolfgang Rudolf. Er hat damals fast 8000 DM gekostet und das war Echtgeld, mehr als heute in Euros und naja, muss man aufpassen, manchmal ist er etwas unangenehm, nein, in Wirklichkeit nicht, man kann ihn schon anhalten, obwohl es ein kräftiger und ganz schwerer Kerl ist. Er hat sechs Motoren und seine Gelenke und seinen Greifern, den kann er drehen und kippen und neigen und all diese Sachen, eigentlich ein schönes Teil. Er war gedacht, nicht zum Arbeiten, sondern für die Ausbildung, für Hobbyisten auf der einen Seite und die haben viel Spaß damit gehabt und auch für Schulungen, denn das Programmieren von Roboterarmen, das ist ja eine Kunst und das hat es vor 30 Jahren noch gar nicht so gegeben. Da gab es ganz, ganz viele Probleme und man musste viel lernen und sowas stand dann in diesen Ausbildungszentren und da haben dann die Leute daran geübt, programmiert und haben dann die großen Maschinen wirklich auch bearbeiten können und programmieren können und einsetzen können. Aber ich will Ihnen mal zeigen, wie es denn hier überhaupt in der Anleitung aussieht, die habe ich auch noch im Original. Wenn wir da mal reinschauen, alles schön aufgeführt, da sind also viele Skizzen und so weiter drin, aber es gibt so etwas Besonderes, was ich Ihnen eigentlich zeigen will, denn das spricht für die damalige Zeit, für den Zeitgeist. Es gab hier nur Personalkomputer, da gab es TRS-80, da gab es Apple und so ein paar Sachen und Dinge, die man heute gar nicht mehr kennt. Und hier habe ich zum Beispiel ein Programmlisting von Apple, für den Apple II da drin. Man hat einfach hier ein paar Zeilen abgedruckt mit L-Print-Befehlen, denn der Arm wird parallel angesteuert über die Druckerschnittstelle und das konnte man dann abtippen und da hat man dann anschließend per Programm die Sache bedienen können, beziehungsweise steuern können. Man musste dann natürlich die Parameter ändern und konnte ein eigenes Programm daraus entwickeln. Heute ist das ganz anders. Heute schiebt man einfach eine DVD oder CD rein und die Sache ist erledigt. Es wird ein Programm installiert. Es gibt kaum Geräte ohne Programme. Und hier zum Beispiel noch eine Geschichte. Da haben wir die Platinenzeichnung von diesem Roboterarm und da wird erklärt, wie man Arbeitsspeicher erweitern kann oder sogar eigene ROMs reinstecken kann, wenn man das Ding selbst programmiert hat. Vergangene Zeit war alles mal und jetzt wollen wir uns mit einem anderen befassen, mit diesem. Der ist viel kleiner, viel leichter, viel schöner und viel, viel preiswerter. Dafür schaut man den erstmal ab, der macht mir noch ein bisschen viel Krach. Von Playtastic ist dieser Roboterarm. Er kostet 49,90 Euro und er kommt in ganz vielen Einzelteilen. 139 Teile, 5 Motoren, 5 Getriebe, die man auch selbst zusammenbauen muss. Jedes Getriebe hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zahnräder. Und dann gibt es noch Zahnräder, die anderweitig eingebaut werden, in den Arm vorne und so was. Also es ist schon ein bisschen Arbeit. Ungefähr 3 Stunden braucht man dafür. Der Hersteller sagt etwas von, ja, ab 12 Jahre geht es, aber unsere Mädchen und Jungs, die sind heutzutage ziemlich fit im Kopf und die schaffen das eigentlich auch früher. Was wichtig ist, es ist kein Erstlingsprojekt. Also wenn jemand noch niemals mit dem Schraubendreher in der Hand irgendwas gebastelt hat, naja, also man muss ein bisschen Erfahrung haben, wie die Sachen zusammengehören könnten. Die Anleitung ist zwar gut, die ist in Deutsch auch richtig schön bebildert, aber manchmal sind die Sprünge groß. Da muss man sich ja schon mal überlegen, was meinen die jetzt? Wie sieht denn das Teil aus? Was ist das jetzt für ein Teil? Und, naja, also versuchen Sie es einfach. Insgesamt hat der Aufbau Spaß gemacht und jetzt hat es auch Spaß gemacht. Fangen wir doch mal an. Was ist das eigentlich? Wir haben hier vorn an dieser Stelle einen Greifer. Und dieser Greifer, das ist wie so zwei Finger, die man öffnen und schließen kann. Und da sitzt der Motor, der Antriebsmotor für diesen Greifer. Der nächste Motor, das ist dieser hier, das heißt, das gelbe ist immer das Getriebe. Der Motor sitzt dann drin, von dieser Seite hier von hinten zum Beispiel. Und dieser Motor ist dafür da, dass das Handgelenk gekippt werden kann mit dem Greifer da vorn dran. Sondern, wenn wir weitergehen, dieser Motor hier, das ist quasi der L-Bogen. Wie der funktioniert, das wissen Sie alle. Und hier unten, da haben wir wieder ein Getriebe mit einem Motor. Da an dieser Stelle ist quasi das Schultergelenk dieses Roboterarms. So, einer fehlt noch. Der ist versteckt hier unten drunter, da drin eingebaut. Und zwar dreht der diesen ganzen Arm hin und her, rechts und links. Dann haben wir hier hinten dran diesen schwarzen Kasten. Das ist der Batteriekasten. Und wenn Sie da reingucken, diese gelben Teile da drin, das sind die Batterien, das sind die Zellen, diese ganz, ganz dicken Dinger da. Und wenn man die erneuern will, da muss man drei Schrauben lösen und das Oberteil abnehmen. So, und jetzt sind wir gerade und sehen hier diese kleine Platine an dieser Stelle. Und diese Platine, nun, da ist gar keine Elektronik drauf. Brauchen wir auch nicht. Denn hier ist der Anschluss der Batterie. An dieser Stelle hier ist der Mittelpol zwischen den Batterien. Denn das Teil hat eine symmetrische Spannungsversorgung. Da spart man sich Pull-Vend-Schalter in der Fernbedienung nachher. Und hier, an dieser Stelle, da ist schon der erste Motor angeschlossen. Und zwar der, der versteckt unten in dem Fuß ist, der quasi den ganzen Arm dreht. So, was brauchen wir noch? Ja, hier hinten. An diesen Anschluss kommt später die Fernbedienung dran. Aber jetzt wollen ich ihn erstmal zumachen. Ich habe ihn nochmal aufgelassen, damit ich Ihnen etwas zeigen und erzählen kann. Aufpassen, dass man keine Kabel einklemmt. Da hinten rein, Schraubendreher, das hier festdrehen. So, was Sie eben vielleicht schon gesehen haben, das guckt jetzt hier oben raus. Da an dieser Stelle ist eine Pfostenleiste. Und da werden jetzt die Motoren angeschlossen. Fangen wir doch mal an. Der Motor für den Greifer, für diese Finger, das ist dieses Kabel hier, das gelb-schwarze. Das kommt zuerst da drauf. Der nächste Motor, der ist für das Handgelenk, das Handgelenk zu kippen. Und muss man aufpassen, da ist schwarz immer von hinten gesehen auf der rechten Seite. So, der nächste Motor, das ist der für den Ellbogen. Der kommt als nächster. Und dann haben wir den Motor, der für das Schultergelenk zuständig ist. Der kommt da drauf. Fertig? Noch nicht. Hier ist noch ein Kabel übrig. Habe ich Ihnen noch gar nicht verraten. In dem Greifer ist eine Leuchtdiode drin. Und diese Leuchtdiode kann man ein- und ausschalten von der Fernbedienung. Das zeige ich Ihnen nachher noch, wenn wir den Greifer aufmachen. So, aber jetzt haben wir alles angeschlossen. Und jetzt wird die Fernbedienung geholt. Und die wird auch angeschlossen, da hinten an diese Steckerleiste. So. Und jetzt sollte es eigentlich gehen. Die Fernbedienung selbst, die hat vier solche nach oben und unten bewegbare Knüppel. Und hier einen für die Seite, für rechts und links. Sie hören das vielleicht im Hintergrund schon, das Ding dann läuft also. Und die muss selbst zusammengebaut werden. Die kommen als Platine mit Kontaktfedern. Die müssen draufgeschraubt werden. Und die Dinger eingehangen, diese Bedienhebel. Ja, und dann war es das. Ach so, eine Sache noch. Hier, dieser Schalter, der ist für die Leuchtdiode, um das Arbeitslicht ein- und auszuschalten. So, jetzt gucken wir uns aber den Roboterarm mal an, wenn ich ihn jetzt bediene. Und zwar kann ich als erstes mal den Arm drehen, damit er etwas mehr zu Ihnen kommt. Wenn Sie das das erste Mal machen, beobachten Sie bitte die Kabel. Ob die Kabel auch alle richtig verlegt sind. Denn die sind zwar lang genug, aber wenn man sie falsch verlegt, dann sind sie kurz. Und dann könnten Sie den Motor bremsen. Vielleicht geht irgendwas kaputt. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht versucht. Jetzt haben wir vorn dieses Handgelenk hoch und runter. Und wenn wir jetzt dieses Handgelenk öffnen, dann schalte ich auch mal die Leuchtdiode ein. Schauen Sie da rein, aus. Und die ist genau in dem Greifer drin beleuchtet. Also das, was man haben oder heben will. So, und jetzt könnte ich also, ich könnte eigentlich mal, ich habe eine Spielkugel mitgebracht. Mal sehen, ob ich die hier erreichen kann. So. Ne, das war die verkehrte Richtung. So, machen wir die Hand mal ein bisschen weiter auf. Und jetzt kippen wir noch ein bisschen weiter runter. Na, ist doch was. Und jetzt die Hand zu. Erhebt bis zu 100 Gramm. So, und wenn ich jetzt den Arm nach oben bewege, dann sehen Sie, er hält seinen Ball fest. Und jetzt habe ich auch die Möglichkeit, ich kann ihn auch wieder fallen lassen. Achtung. So. Ja, also ein sehr schönes Spielzeug. Man lernt viel dabei. Man versteht, was, wo, in welchem Getriebe, in welchem Motor, wo und wie passiert. Und, ja, was mache ich denn jetzt damit? Naja, ich bin ja ein bisschen, bisschen computerverrückt, möchte ich mal sagen. Und da ist es dann irgendwann langweilig, immer das so, immer wieder zu machen. Und ein Computer kann ja etwas, und zwar das, was wir uns wünschen, stupide Arbeiten, die immer wieder kehren, automatisch verrichten. Da gibt es eine Erweiterung dazu. So, der kleine Karton, den ich hier in der Hand habe, das ist diese Erweiterung. Eine USB-Erweiterung, auch von Playtastic, für den Roboterarm, kostet 19,90 Euro. Wenn man es gleich zusammenkauft mit dem Roboterarm, ist nur 10 Euro Aufpreis, also insgesamt 59,90 Euro. Was ist da drin? Ja, eine CD, ein Handbuch, eine Platine. Denn diese kleine Platine, die ich hier bisher hatte, wo die Fernbedienung dran angeschlossen ist, wird jetzt ersetzt durch diese Platine. Auf der Unterseite, können Sie nicht sehen, befinden sich vier Chips drauf, die das Handling machen und diese USB-Geschichte zur Verfügung stellen. So, und da ist eine andere Abdeckung dabei, weil hier jetzt ein Schalter drauf ist, und da ein anderes Loch, unerheblich eigentlich. Ich habe es schon alles angeschlossen und will Ihnen jetzt mal zeigen, wie es funktioniert. Programm ist auch installiert, USB-Treiber ist auch dabei. Und jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe einmal hier einen einfachen Programmmodus und jetzt kann ich über die Tasten, kann ich den Roboter bedienen. Und Sie sehen auch immer auf dem Bildschirm, welcher Motor in welcher Richtung bewegt wird. Und wenn man da mal ein bisschen in die Kamera rumdrehen, dann kann ich Ihnen auch zeigen, mit L kann ich das Licht ein- und ausschalten. Jo, das ist also schon mal eine Geschichte, die jetzt relativ einfach ist. Vom Computer aus geht es besser als mit der Fernbedienung. Aber ich kann das auch mit der Maus machen, wenn ich also hier unten links umschalte, auf die Mod-Taste, und jetzt Maus, jetzt kann ich mit der Maus einmal hier auswählen, welches Motor ich haben will. Und dann mit dem Scrollrad der Maus kann ich den vor und zurück bewegen. Das ist noch einfacher. Aber das, was ich eigentlich wollte, was mir am liebsten ist, das ist hier nicht dabei, denn das ist jetzt nur ein Ersatz der Fernbedienung. Da muss ich in die Programmübersicht, in die Auswahl gehen und in Programmierung. So, und jetzt muss ich das Fenster hochschieben, der merkt sich das nicht, wo er hingehört. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, erst mal mit der Maus hier überall drauf zu gehen und bekomme auch angezeigt, wie ich diesen Motor dann betätigen kann. Also, wenn ich zum Beispiel dieses Gelenk hier betätigen will, dann kann ich das mit E und D machen, beziehungsweise jetzt im Mausmodus einfach mit der Maus. Wenn ich aber jetzt hier umschalte, dann können Sie viel besser erkennen, welcher Motor wie ist. Jetzt kann ich es mit der Tastatur machen, so wie eben auch. Und jetzt zeige ich Ihnen einfach mal, wenn ich zum Beispiel mit E das Handgelenk bewege, dann wird es angezeigt. Wenn ich mit R den Ellbogen bewege, dann wird er angezeigt. Wenn wir mal hier genau drauf sehen, da unten, da zeigt er mir an, wie viele Sekunden ich das Handgelenk bewegt habe. So, und jetzt will ich mal diesen Motor bewegen, das ist der Drehmotor, ne, der Schultergelenkmotor ist das, und dann der Drehmotor, das ist da unten dieser. Und da sehen Sie auch, da läuft der Zeitzähler mit. So, das alles, das hat er sich jetzt gemerkt. Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt wollen wir das mal speichern. Erstmal muss ich sagen, Eingabe ist ein bisschen unglücklich. So, und jetzt sehen wir hier in dem rechten Fenster, da sind diese Bewegungen, die ich gemacht habe, alle aufgelistet. Da steht welcher Motor, in welcher Richtung und welche Zeitdauer. und jetzt habe ich hier unten die Möglichkeit, wie beim Rekorder, einfach zu sagen, Wiedergabe. Und dann macht er das. Aber ich kann jetzt auch sagen, zurück. Und dann macht er die ganze Bewegung rückwärts. Und Sie können sich vorstellen, da kann man ziemlich komplexe Bewegungen programmieren. So, dann sind wir eigentlich am Ziel unserer Wünsche angekommen. Wir können also jetzt unseren Kaffee mit Zucker versehen und umrühren oder was auch immer. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Das ist also nicht nur ein Spielzeug, sondern das ist ein didaktisches Werkzeug von sehr hoher Güte. Insgesamt, ich will jetzt nochmal sagen, das 50 Euro, knapp 50 Euro und das Interface, das USB-Interface knapp 20 Euro und im Bundle kostet es knapp 60 Euro. Und das ist, glaube ich, ein erträglicher Preis. Der Spielspaß liegt viel, viel höher und das, was man damit lernen kann, noch mehr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Technik und Tschüss. Vielen Dank.